Der hat das Bein mal einfach. Aber der kriegt das immer. Der Huberstum aber jetzt nicht mehr. Der Huberstum aber jetzt nicht mehr. Der hat das ganze Farnerschirm. Im Frühjahr, vom Januar, er kommt ja in der Regel ein bis die Jungs hier zurück. Oh, was ist denn ab? Der Hunde ist da. Bei der Geburt, da liegt so ein kleiner Kampanter. Komm mal. Bei der Geburt, da liegt so ein kleiner Kampanter, wäre ungefähr 500 Gramm und ist etwa 25 cm lang. So ungefähr so viel, wie so ein dickes Meerschweinchen. So aufgetragen. Jawohl. Ausgewachsen war ein Kampanter, Bärmati und Dali oder so. Damit wird der Verkrankung von 600 kg erreichen. Und das Stand über 3 cm groß. Momentan, da ist er so 2,50 Meter. Wo er sich aufnimmt. Und die Jungs ist jetzt 400 kg, vielleicht 450 sogar. Ich kann sich ja vorstellen, wie Bärmati aussehen. Denn dann nennt man noch 200 kg mehr, wie so noch ein Kopf größer. Oh, das war da. Ich kann mich aber aus dem Blick so. Jetzt gut. Ja, ah. Der ist ein bisschen lustig zu fangen, ja. Die müssen ja hier in den Donen gucken. Ja, beinahe. Prima. Ja, da vorne auf der Ecke, da steht auch so ein großer Holzbär. Da können Sie sagen, für eine Gärme an der Liebsten, dass man Gefühle, wie groß und Bär da nicht so gefährdet hat, wenn er denn ausgewachsen ist. Die beiden großen Bär, die wir hier haben, die sind jetzt ein bisschen über 5 Jahre alt. 5,5 Jahre. Ausgewachsen sind so gefährdet. Für etwa 8 Jahre. Kann aber 10 Jahre dauern. Nein. Aber wir müssen mit den Ärzten auch so. Also sie haben, ich glaub, die noch Macht, um sie sein, die noch ein bisschen zu fangen. Ja, der Krüste kriegt immer einen Mund, ne. Ja, guck. Der hier, der hier kriegst immer ...